moin freunde herzlich willkommen zu einem neuen volker sag an ich mache die noobs fertig oder die machen mich eher fertig sagt sie machen mich eher fertig heute haben wir mein kumpel dabei jetzt kannst du reden hoffentlich habe ich keine lex die könnte ich nicht gebrauchen die lex könnte ich jetzt nicht gebrauchen ein schlecht mit kurz was trägt wieder nur am trinken dieser junge drücke im freien fall den vorwärts taste der mittelschneller an den ziel gelangt naja leck nicht so ein bisschen halt aber so dass man die nix auch fertig machen muss nicht noch entstehen freunde das ist mein lieblingskang da 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 hallo und der erste warum bedanken da alle das ist dann an dem besonderes für den und Ich habe einen Bot. Von wo, von um? Ach komm, ich sag doch, die Noobs machen mich fertig am besten. Wir machen das alles auf Ausmittel. Oh, das ist besser. Vielleicht klappt es jetzt mit den Noobs Fertigmacher. Oh oh. Wieder da? Ja. Bist du gestorben inzwischen? Nein. Habe auf dich gewartet. Aha. Stimmt, wirklich. Siehst du das oben rechts überhaupt, dass ich in der Aufnahme bin? Ja. Ja, gut. Ich freue mich, ich brauche mich nicht, wunderschönlich zu lebt hier. Oder warum ich, oder weil ich Discord übertragen habe. Wartet damals aus. Ich habe das überwiegend Discord übertragen. Ja, mhm, unfair, das lag dran. Ah ja, ich wunderschönlich, warum ich gestorben bin. Hast du bist doch gestorben? Uh, gar nicht so nichts gelaufen. Auf wegen einem Bot. Was? Wegen einem Bot? Ja. Uff. Ne, weil die Lacks hier waren von Discord. Das ist lang dran. Also wegen Lacks und Discord. Ja. Also Discord-Board-Handschert am besten. Jetzt habe ich Pin 30. Standboard. Aha. Kannst du ja das Video dann ja danach angucken, wie ich die Nubs fertig mache. Oder die dich? Nein, ich die. Nein, die nicht. Nein. Doch. Doch. Hättest doch rechnen können, dass ich damit sage. Oh. Aha. Meine Freunde sagen, dass in der Schule auch immer stundenlang, Junge. Mit, nein, doch. Oh. Ja. Das ist nichts Neues für mich. Soll ich dir mal was erzählen? Wenn ein Freund hier von mir aus der Schule, der mich immer so anguckt im Unterricht, wenn er das Wort spritzen hört, dann denkt er, ähm, was? Ähm. Also, äh. Ja, also wie. Ich habe einen. Kriege ich eine Note? Nein, weil ich die sehen konnte. Die, wie du ihn gekühlt hast. Hallo, ich habe ihn besser gekühlt, als sie hat mich. Was ist besser, die Blaue oder die Blaue? Ich habe auch schon fast gestorben. Die, was ist besser, die Grüne oder die Blaue? Ich weiß gerade nicht, die Blaue ist. Die Blaue ist. Die, also die Blaue ist besser, als die einer. Er Blau ist besser, also mein ZP. Nee, nee. Richtig? Junge. Wie ich, wie ich ihn einfach fertig gemacht habe. Lost. Hm, und gleich kommt der nächste Bot auch nicht eingeleitet und dann töte dich wieder. Hm, das freue ich mich dann wirklich nicht wundern, wer es ist. Ja. Der baut sich jetzt ein. Ich habe einen nächsten. Wusstest du, dass Bots sie nicht bauen können? Was? Also, du könntest, dass Bots nicht bauen können. Also, die könnten eigentlich nur eine Wandversorption im Spiel. Ja. Warte, ich kann es erst mal, weil der eine gestorben ist. Uff, der Arme. Da habe ich. Wenn es ein Bot war, wenn es ein Bot war, dann nicht richtig. Da war ein echter Gegner diesmal. Aber es kommen dann noch schwieriger hier Gegner. Das wird dann für mich ein Gegner werden, wahrscheinlich. Weiß wie ich das meine? Mhm. Ich habe aber Angst, dass ich hier verrecke. Was? Ach cool, bestes Versteck. Ich habe ein bestes Versteck gebaut. Ist hier jemand oder kann ich mich verbiesen? Wie war dein Tag heute? Ich bin dran, das kann ich dir nicht sagen. Ich werde abgeknallt. Gut. Aber der hat mich mal nicht getroffen. Und war es denn gut? Ne, das war aber ein echter. Der hat nicht mal getroffen. Dann hast du Glück gehabt. Junge, der hat woanders hingezielt. Kann ich einen anderen Gegner? Wahrscheinlich war es bei ihm die Lacks vom PC. Und du warst. Auch der Arme, der tut mir schon leid. Manche heulen ja sogar, wenn sie verlieren. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Junge, ich hasse es, wenn niemand immer heult. Mein Freund heult, wenn ich etwas klaue von ihm. Was meins war. Ja, wenn es meine Sache ist, gehört es mir und er klaut es einfach. Dann habe ich es. Wenn er die Truhe eröffnet, habe ich es schneller geklaut als er. Was? Da hat er einfach golden wie ein Baby. So ist es. Ich mache Landa-Anflug. Freunde, denkt dran, ich bin der beste Pro in Fortnite. Die machen mich erlertig. Ich darf nicht stören. Warum ist hier die Tür offen, wenn keiner hier drin war, lost? Fernsehen. Manchmal generieren die Türen auch einfach nur so offen. Ach so, ne, denke ich nicht. Nicht? Ne, ne. Die sind immer zu. Und da war ich niemand drin. Da war jemand drin, aber die Kiste war noch zu. Wie viel kann ich Luftballons dran machen? Der Maxima 3. Ja, ich habe es gemerkt. Aber das haben sie auch neu wieder hinzugefügt. Ne, letztes Jahr ist die Luftballons auch schon drin, aber also am Ende. Ah, okay. Ich darf nicht den Fehler machen, Luftballons alle wegzumachen. Da kriege ich Feisraten, oder? Uff, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Kriegt man. Kriegt man? Oh, das ist blöd. Ich habe mal einen Ballons zu Notwolder. Ich habe nur getestet. Habt das du hier gestorben wärst. Ne, das finde ich so lustig. Einfach Selbstmord. Ja. Das ist auch öfter schon mal passiert. Hi, hi, hi. Mit Selbstmord. Ja, ich kann mich wenigstens heilen jetzt. Habt ihr hier kleines Heerverband gefunden. Und Freunde, wenn euch dieses Video fällt, was sollen zu machen? Steigen. Und was noch? Abonnieren. Was noch? Und kommentieren. Ja, und was noch? Auf meinen Discord-Sauber zu joinen. Ah, das natürlich auch. Ja. Ich plane auch sogar ein Event an. Da könnt ihr sogar alle mitmachen. Am Freitag. Also wer dabei will, was er sein will, kann gerne auf meinen neuen Discord kommen. Mein Alter wurde gelöscht. Beziehungsweise gehackt. Aber das ist nicht so cool. Ja, für mich ist es ja nichts Neues. Also nichts Neues, ja. So, die Zone wird so hin und mit seinem Freunde, wo ich gerade markiert habe. Ich weiß ja ungefähr, wo die Zone am meisten Mal lang geht. Weißt du das auch meist oder nicht? Eigentlich ja, ich kenne nur ein paar Spots. Auch nicht so viele. Ey, wo sind die Gegner? Wenn ich einmal schöne Kills machen will, können wir kommen, sind nicht mehr. Also, hallo? Das finde ich frech. Ja. Ich tanke aber gleich nochmal. Oh, die Spritpreisen sind heute echt teuer geworden. Ach, Leute, weiß ich, was man auch machen kann? Im Sitzen kann man tanken. Echt? Ja. Das ist auch neu. Das muss ich auch nicht machen. Ne, ja nicht. Sonst war es, wir mussten mal aussteigen. Ja, wir können diese Zapfsäulen nehmen. Ja. Ich bin ins Wasser reingefallen. Ach, komm. Ach, weißt du was? Weißt du, wie ich immer mehr Kills bekomme? Wie in dem du auf dem Rush-Campst und die Leute abknallt, wenn ihr vorbeikommt? Ne. Soll ich das sagen? Sag. Hier, ich brauche doch solche Lampe, wo ich sehe, kann, wo die Truhe sind immer. Ach so. Ja, ich weiß nicht, wie ich das einstelle. Ah, das geht auch. Ja. Muss ich mal rumspielen und am Endeffekt geht mein Fortnite, da kann ich nicht mehr. Ist ja auch der Fall, Mais. Ja. Ich bin immer so ein Typ, der nie baut. Da haben sie es richtig gemacht. Äh, gemacht, Neubau-Modus. Ah, ja. Eigentlich, wenn ich möchte, kann ich bauen. Auch gut, aber eigentlich nutze ich das nie, außer wenn ich so in einer richtigen, schlechten Situation bin. Ja. Ich werde abgeknallt von hinten. Ich habe ihn von hinten angegriffen. Und den anderen habe ich. Ah! Und warum werde ich jetzt angegriffen? Die mögen ich nicht. Ich habe zwei Geknoe hintereinander gekillt. Habe ich das gut gemacht? Hallo? Ich kann nicht sehen, aber ich glaube, hast du gut gemacht, wenn du keinen Schaden genommen hast. Nein, Schaden habe ich schon genommen. Demo, ich gut. Nur hier, zwei, äh, bei, warte, wie viel Schaden hat ein Schildkrank? Also das, wo noch? Also dieses, in diesem blauen Sack, der hat 25. Was? Wie viel? Der 25, also von dem blauen. Ich meinte, der ist komplettes Schild, also hier, wo unter das blöde Schildkrank ist. Also und das grüne hat 100 und das blaue hat auch 100. Ja, und da habe ich von 100 gelitten gerade. Ah! Der flieht! Ich sterbe! Oh! Weil hier so ein, hier, wie heißt das, so ein Generator ist hier? Generator? Ja, was es auch abschießt. Oh, er hatte noch fünf, was gemeint. Na, er hat so, hier so einen Teilplatz hier, was auch abschießen kann. Ach, du meinst du ein Geschütz? Ja. Oh. Auch unfair. Und das Geschütz abschießen? Ja, das habe ich hier als erstes gemerkt. Danke für die Tipps. Na, bitte. Wollen wir gleich Minervale aufnehmen? Bitte? Wollen wir gleich Minervale aufnehmen? Ja, können wir machen. Oder vielleicht bis ins Stumblegeist. Erst Minervale. Guck mal. Und da probiere ich mein Ziel noch fertig zu machen, Netherite-Bahn zu formen für dich. Ja, ne? Für die neue Rüstung dann für dich. Ja. Aber wie kann man das machen mit Smaragdor? Das ist easy, da brauchst du einfach nur so Überarbeitungstemplates und dann kannst du das nicht richtig machen. Möchtest du, ähm, möchtest du bei mir Twitch-Banner kaufen? Also Twitch, ähm, Karte? Weiß nicht. Die kannst du aber dann echt schön teuer verkaufen. Boah, ich überleg's mal. Ja, überleg dir gut, was du da machst. Ja. Ob du lieber hier Geld plus machen willst von anderen dann, oder ob du Geld minus machen willst. Warte. Was? Ich überleg's mir. Du hast ja noch Zeit bis nach der Runde, bis ich fertig bin. So, Freunde, wohl an. Wir haben ja noch nicht erkundet, da oben wohl das Mercedes-Benz ist. Aber wir gehen zu Interest. Kein Deutsch. Sprachenlärm. Bubble. Ja. Möp, möp. Klappe zu, Affe. Kack. Junge, ich hab mit meinem Freund bis 2 Uhr nachts noch geschrieben. Bis 2 Uhr morgens? Ja. 3 Uhr morgens. Ruf. Er ist online. Ach komm, bitte nicht jetzt. Warte. Jetzt kann ich einen schönen Nachsprache. Äh. Na, mein kleiner, wie geht's dir? Ach, ich, ja, wie geht's dir, mein Micha? Hoffentlich geht's dir gut. Und kannst du mir schreiben, was ich darauf antworten soll, auf den einen? Danke. Rony, was du immer gerne machst. Hihihi. Ich spiel grad Fortnite. Mein Kumpel ist auch im Discord. Also, ja, der spielt gerade nicht. Wir spielen gleich aber Minecraft. Hoffentlich hast du einen Server offen gemacht. Äh, online gemacht. Und, ja. Und ich freue mich schon, hier die Wette zu machen. Aber lass das mal am Freitag dann mal probieren, die 24 Stunden wach zu bleiben. Ich sag, save, du schaffst das nicht. Hahaha. Bis dann. Ja, ich werde abgeknallt. Ich werde abgeknallt. Und du stirbst wieder. Oh, das war ein Bot. Ich bin gestorben. Aber ja, ich hab ihn. Ich hab ihn gegeben von hinten. Was? Hab ihn. Ähm, die Bot waren echt schlecht. Ja. Oh, Mann, das falsche Handy. Ich hab sogar zwei Handys, Freunde. Oh. Ich warte auf Michael, er hat seine Antwort jetzt. Oh, er hört sich jetzt an. Aber das war auch lustig, wo ich mit ihm 288 noch geschrieben hab. Er hat sich nicht gedacht. Ja. Hier. Ey. Hab ihn. Ich hab ein Ge... gegeben von ihm. Oh, hier ist ein Laser. So. So. Oh. Oh, ich wurde getrennt. Ich wurde getrennt. Oh. Ah. Hilfe. Ich hab den nächsten. Hunger. Den nächsten hab ich. gleich stirbst du auch immer ich habe den den ein alarm wollen wir aber von hinten geben er was heute das habt ihr jetzt mal nicht gehört aber von hinten naja wie geht es dir gut aber habe ich mich doppelt gehört oder weiß was michael macht mit hier mit wenn ich fortnight spiele kotzen aber er spielt selber fortnight ja 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 nicht logik von mich ja mit schon level 66 was was das jetzt mal nicht gehört ja und ja auch nicht wenn doch da machen clip ihr wisst ja nicht wie es geht ich wollte es nicht machen das vergessen aber ganz der werbung machten war ernst gemeint die frage die aussage und gerade die frage und sagen aber war ja eine aussage wie geht's dir mein kleiner kleiner alter denkt sie schafft das hier 36 stunden wach zu bleiben am freitag ich stehe ja fünf uhr morgens auf am freitag jetzt habe ich das geschützt auch endlich also ich brauche noch platzieren ok hier um weiß was dann passiert ich war 14 stunden live bei youtube und weiß was dann passiert ist wurde zurückgesetzt auf elf stunden bei youtube weiß was ich meine ich war 11 40 stunden live bei youtube aber am freitag nächste woche da hier habe ich ja eh letzter schultag da habe ich frei da da habe ich ja vor hier 24 stunden zu machen aber das wird wahrscheinlich hier eine 36 stunden folge also für mich weil ich ja habe ich habe noch eingekillt bin aber von hinten angeschlichen also wie schlecht kann man nur sein warte ich brauche mit dem skateboard schade er kommt mir nicht zu schade es wäre schade freunde wie viel handy ja auch michael schreibt was hat er geschrieben warte er schreibt ja noch naja er braucht halt ein bisschen kann ich auch verstehen er hat ja auch eine brille an weil doch hier ohne brille sieht er ja hier soll ich sagen verschwommen ja da muss er halt eben langsamer schreiben sympathisch sorry dass ich dich schon wieder gleich voll ist bei mir tut mir leid mich aber sagen wir mal wie es dir geht ich spiele karten ford night ja einfach wie es dir geht was du machst ja und ich wünsche dir erstmal guten morgen ich fahrt dann auch einkaufen wenn es klappt meine aussage wenn nicht dann müssen wir etwas anderes überlegen ja mich aber ich habe einen wetter hier wetter laufen gehabt und ich habe verloren die wetter da will ich jetzt nicht sagen über nicht nur ist was feindlich ist okay was wir als kleines baby an hatten aber mehr verrate ich nicht und da hast du verloren drin muss ich allein dabei live stream ich wollte 24 stunden machen aber ich war dann so müde nachvollziehst du ich habe ein wort abgeknallt ich habe den gegner warte ich jetzt kann ich tanzen du weißt schon die sehen dich nicht ne jetzt ein bot macht stell dir mal vor sie kennen meinen youtube kanal einfach werbung macht kann man ja machen gehört ist ja nicht verboten habe so viel kills freunde die miet ist ja nicht geschnitten ich suche leider noch ein kater wer will kann sich ja bei mir bewerben oder willst du mal mein kater sein ich habe mich auch schon bei dir ich habe da schon was geschrieben also könnte nicht jedes video machen aber weil mir langweilig ist könnte ich ab und zu mal ein paar machen kein aimbot hat hat der eine mensch 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 da war so schlecht wie du ja und ich freue mich auch mit dir um zu spielen können wir ja gleich machen wenn ich sterbe heute darf ich dann noch nicht jungen mal sehen mich einen kleinen auf ihn kann sie mir da antworten mich danke was wir da machen können wenn es nicht klappen sollte hoffentlich aber das gehört weil mein mein handy mit mikro problem hat ein bisschen störung störung die hat du hier du oder oder sagst du das hat mich okay gut herr bürgermeister freund ziemlich kündigen oder darf ich meinen job weiter machen als youtuber nie warum geht mein handy maus ich hasse es so von handy iphone welches 6s und einmal von 6 was hast du so ok bevor ich was schlechtes sagen über eifer ja über samsung da will ich lieber kein erbau haben wenn der frühe hatte ich ein huawei da sage ich ehrlich war nicht das beste handy herr hua als lehrer nur weil das handy ich habe eine schlüsselkarte ich habe eine schlüsselkarte handy war wirklich das was wir schon seit 2018 hatte ich das wirklich nachdem man es mindestens fünf jahre lang genutzt hat es ist nicht gerade das beste mehr ich habe schon wieder eingekillt hau und gleich stürzt du selber sind noch 22 gegner plus mir zählt ja nicht mit ich sag dir morgen schaffen wir einen win naja wenn ich das auch alleine schaffe was krieg ich von dir gibt es mir das dein ganzes geld von minerale nein 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 800.000 kriegst du nicht doch nein und wo ich dann noch selber denkt kann ich gibt ja auch Rüstung von meiner Rüstung stand der eine hat ja gar nichts gemacht ich bin ich habe ihn schon wieder geklärt die kleine und michael schreibt mir aber ich muss erwarten was ich antworte hallo ich bin mit der runde ich kann nicht mit der runde schreiben aber weißt du wer online ist in mine valley wer dieser mild bissen den du da heißt der gegen diese kiste gelaufen ist und gestorben ist ja oder du gibst mir 500.000 hallo das ist weniger für fort nein ja also das aber wirklich geschrieben oh alpaka seit wann gibt es alpaka äh also lamas lami seit wann äh in fortland habe ich keine ahnung wenn es jeder gibt ich habe eine tankstelle hochgespringen gerade ja die tankstelle bedankt sich ja alpaka ist umgefallen du meinst du siehst lange ja die gibt es schon seit sieben einzig hä und die gibt es schon seit ganz vor Ort neid hallo ich spiele ja nicht so lange vor Ort seit zwei drei Jahren das ist lange nö nein doch da übertreiben deine Kumpels ja auch oder hallo da übertreiben hat deine Kumpels auch und ja naja äh nein doch auch du bist so oft im Unterricht jungen jungen ich bin gestorben oh was hab ich gesagt der laser war ja das richtig stark ich habe ihn abgeknallt ja von hinten aber er hat mich gescannt gehabt also freunde ich würde sagen dass du es jetzt mit diesem fort mal video last like und ein aber da ja wir sehen uns morgen oder heute nochmal wenn ich allein aufnehme und ich würde sagen bye bye und adies tschüss 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 bye bye tschüss bye bye und adies tschüss tschüss